Also G-Smart, Platteschau oder auch die Mauer? Nein, auch bis hin, genau. Also das ist schon heig. Du setzt da sein Dias, du komm mal nicht drüber. Das ist sehr heig. Die haben relativ gut den Unterschwung. Die größeren Haut muss sich wieder so funktionieren. Das geht für mich. Einfach nur ein bisschen auf die Welt. Das ist schön. Viel Spaß, wir werden es auf den US-P-Stick.